Das ist ein Gerücht. Richtig. Ich gucke es gerne, weil die Spiele sehr offensiv sind und viele Tore fangen. Nein. Ich war oft in Urlaub in Holland, deswegen mag ich Sputane sehr gerne. Auf jeden Fall besser als Manuel Neuer. Nein, ich mag Schwarzgeld nicht. Ich habe ja auch einen Aufzug.